Ich meine, das sind die Vorurteile. Ich habe mich noch nicht mit ihm unterhalten, nur was er zur Zeit von sich gibt, mit 4.000 Arbeitsplätzen und so diese Art. 4 Millionen, ja. 4 Millionen, oh Entschuldigung. Nein, 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 die SPD hat sich da, wenn ich 160 Stunden arbeite und dann noch zum Amt gehen muss und mir Geld holen muss, nur damit ich ein Dach über dem Kopf habe, da hört es ja irgendwo aus. Ich würde sagen, 7,50 Euro, da kommst du auch nicht mehr mit klar. Also 8,50 Euro ist das Mindeste, was jemand, denn Arbeit hat ja auch was mit Würde zu tun. Eben, eben. Und diese 1-Euro-Jobber, fass ich mal am Kopf da, was da abgelaufen ist. Ich habe letztes Jahr für 6,50 Euro bei ABM gearbeitet. Alle Leute, die vorher richtig normal gearbeitet, verdient haben. Und wenn wir diese Zeitarbeitsschirmen nehmen, das ist moderne Sklaverei im 21. Jahrhundert, wenn sie so wollen, die stellen ein für die gleiche Ausgabe. Das ist mir egal. Ach, das ist die Nieder. So, sie meinen, das bringt halt auch aus Afghanistan, das wird auch aus Afghanistan. Die wollen noch, die sollen noch bis 2. Jahrhundert. Die wollen jetzt reden, das geht nicht mehr. Ich muss mal Gerechtigkeit mit CH schreiben. Ach, du bist ja richtig ein guter Straßenmaler. Und ein schneller. Aber mit der dicken Kreide geht das ja auch gut, ne? Ja. Danke. Und das ist ja zauberhaft. Eine amerikanische Cola. Herzlichen Dank. Mit Genügen vom Klassenfreien. Fein, schau mal. Ach ja, die Decke. Genau. Bis zum Klassenfreien. Ja, ja. Das wir in der Form, einmal dieses hier, das haben wir nicht unterstützt, dass wir Geld kriegen. Und jetzt fragen wir beim letzten Interview, dass der Ackermann, derjenige gewesen ist, dass unser Rentensystem so überhaupt nicht funktionieren kann, dass wir wahrscheinlich gar keine Rente mehr bekommen werden. Und das ist ein Problem, das ganz viel verkauft worden ist, dass wir...